Ich gehe, sagt mir, wieso ist das so ein Problem? Was geht auf Fresh Family? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr alle gesund seid. Heute ist der Tag der Tage. Es ist Zeit für ein neues Video. Ich habe heute eine richtig coole Idee, Leute. Ihr kennt doch diese Zettel-Challenge von TikTok. Modi hat hier ein paar Zettelchen vorbereitet. Und Caden und Kinaya dürfen gleich ziehen. Und diese Zettel bestimmt quasi jetzt unseren Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Macht gern das Abo weg, aktiviert die Glocke und kommentiert in den Kommentaren. Hashtag TheFreshFamily. Viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! Caden, 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 Maman hat heute eine richtig coole Idee. Ja? Hast du Lust? Hast du wirklich Lust? Du auch? Dann stell dich jetzt hin. Einer von euch darf jetzt einen Zettel ziehen. Ich nehme. Nur ich sehe, was hier steht. Und das, was hier drauf steht, machen wir jetzt, okay? Ja, eine, mene, Kiste. Es rappelt in der Kiste. Eine, mene, meck. Und du bist weg. Weißt du, was da drauf steht? Oh. Kannst du schon lesen? Warte, warte, warte. Da steht drauf. Rausgehen. Das bedeutet, wir gehen raus. Und hier auf dem Zettel stand, dass wir zu Hause bleiben. Also, fertig machen und anziehen. Uh! Gleich kommt der nächste Zettel und der sagt uns, wohin wir gehen. Den darfst du aussuchen, okay? Mit Kinaya. Hallo. Den nächsten Zettel suchst du aus, okay? So, ein toller, großer Bruder. Du bist so toll, mein Jean. Atou. Oh, ich liebe euch. Ich auch. Hier sind jetzt, warte, warte, warte. Hier sind jetzt die beiden anderen Zettel. Und ihr dürft jetzt einen ziehen. Und der sagt uns, wohin wir jetzt gehen. Ja! Und vielleicht dürft ihr euch sogar in diesem Laden was aussuchen. Ja. Eins, zwei, drei. Oh, oben. Nee, den anderen. Einer. Ihr dürft nur einen ziehen. Kinaya, guck mal, ich hab für dich den da gezogen. Weißt du, was da drauf steht? Wir können Spielzeuge holen. Spielzeuge! Wir gehen zu Kimi. Action. Oh, das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ich muss dich so doll drücken. Oh, mein Pupsi. Okay. Oh, Atou, ich liebe euch. Ich auch. Okay, let's go. So, los geht's. Genau. Sehr gut. Nee, da. Der Stüser. Lütze an. Kinayas Stirnband ist hoffentlich im Auto. Und das ist auf dem Date. Mama hat einen lilanen Pullover an, eine Tasche, eine schwarze Hose. Und Kinaya hat auch einen Lila an. Mama, wir haben alle die gleichen... Ja, wir haben echt Stiefel alle an. Anja, Kinaya hat Adidas Schuhe. Und wir haben alle die gleichen Hose. Wir sind on the way, Leute. Und ich sag euch ehrlich, ich verstehe das Wetter in Deutschland hier nicht. Erst war gerade ein Schneesturm des Jahrhunderts. Und jetzt scheint die Sonne. Unglaublich. Aber wir sind on the way und holen meine besten Freunden jetzt ab. Die kommt nämlich mit. Und dann geht's ab zur Action. Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi-Tiggi. Wir sind jetzt direkt in der Spieleabteilung und ich hätte gerne das hier mitgenommen, aber die haben keine Form dafür. Und jetzt schauen wir mal, was es hier so tolles gibt. Oh ja, das ist cool. Das ist cool. Ich hab sowas geliebt hier. Hier sind auch noch Stifte. Und dann die doch hier mit. So, das ist leider richtig voll hier, Leute. Aber wir sind in der Süßigkeitenabteilung und schauen jetzt einmal, was es hier tolles gibt. Das ist natürlich die beste Abteilung, die es gibt. Ich möchte sowas ganz, ganz, ganz Saueres haben. Okay, dann gucken wir mal. Hier steht Sauer-Dip-Lollis. Willst du die mal versuchen? Irgendwann später. So, wir haben jetzt hier diese Oreo-Cookies mitgenommen. Und da machen wir jetzt einen Live-Test, Leute. Wir probieren die jetzt. Das haben wir auch geholt. Almond-Flavored-Puff-Pastry. Keine Ahnung was. Das haben meine Bestfreund ausgerufen. Mal gucken, wie das schmeckt, Leute. Oh, es riecht süß. Oh, es riecht wie diese... Diese auch süß. Diese Schnecken kamen damals... Mandelhöl. Ja. Mandelhöl. Das ist so. Macht Sinn beim Mandeln. Okay, Leute. Guckt man das überhaupt. Da ist so Zucker drauf. Warte, wollt ihr euch erstmal eins teilen, weil das nicht so schmeckt? Nee, Almond hat nichts mit Marzipan zu tun, ne? Warte, ich zeig dir das. Hat nichts mit Marzipan. Mandeln. Aus was ist Marzipan? Mandeln. Weil das riecht nach Marzipan. Ich dachte, du magst kein Marzipan. Eins, zwei, ach so. Ich mag das. Oh, ich mag das auch. Guck mal, wie fluffy die auch sind, ne? Also ich mag das. Oh, das schmeckt echt gut. Aber warte mal. Du magst kein Marzipan. Ja, aber... Oh. Aber... Mh. Mh. Das schmeckt nicht. Das schmeckt richtig lecker. Ich glaube, vielleicht manche auch die Konsistenzreformatik haben. Boah, die haben den Test bestanden. Ich sag euch ehrlich. Wow. Was sagt ihr? Ist lecker? Ja. Lecker? 10 von 10. Das ist halt alles. Da denkt man ja auch kurz, man ist im Solar. Huh. Jetzt sieht hier alles anders aus mit der Belichtung, Leute. Jetzt probieren wir diese hier. Bin ich jetzt gespannt. Mimi muss die aufmachen und keine Hand frei. Ich kann das auch machen. Was hast du gerade gehabt? Wie schmeckt das? 10 von 10. Ne, und was meintest du auf Englisch? Delicious. Deliciers. Wow. Boah, die sehen aber auch knackig aus. Guck mal, herkene. Riechen die auch? Geruchstest. 4 von 10. Was sagst du? 5 von 10. Das Witzige ist, wir haben noch nichts gegessen und wir haben Hunger. Deswegen schmeckt vielleicht auch einfach gerade alles. Ja, das war auch das Problem. Okay. Geruchst. 3, 2, und Tatsiche-Fan. Ja. Ne. Lecker. Also nach Oreo schmeckt es irgendwie nicht. Ich mag auch, wenn Cookies so weich sind. Ja, die sind echt hart. 11 von 10. Also wenn die so chewy sind und die sind so... Die sind hart. Aber ich glaube, da ist die Creme von Oreo drin. Ja, die schmecken ehrlich, als wären die alt. Hm. Sind die abgelaufen? 11 von 10. Ne, okay. Also die Creme von dir schmeckt gut, aber der Cookie an sich ist... So yummy. Okay, Leute. Das war der Taste-Test. Und jetzt geht's weiter. Wir haben Kimi jetzt rausgelassen und ich habe jetzt hier noch zwei Zettel, Leute. Es war ein etwas kurzes Video, aber ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß. Die Sachen, die wir bei Action gekauft haben, zeige ich euch natürlich gleich zu Hause noch. Und jetzt ist die Wahl der Wahl. Zu Hause essen oder bei McDonalds. Die Kinder müssen jetzt ziehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein, zieh unten, Kina. Unten, unten. Kinaya, halte dich lieber an Caden. Kinaya, komm. Was steht da? McDonalds. McDonalds? Ja. Wir fahren also jetzt zu McDonalds. Was isst du bei McDonalds? Nein, warte, Kinaya müsste so nochmal. Okay, dann zieh nochmal von Caden. Zieh, 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 Kinaya, zieh. Du hast die Wahl der Wahl, Kinaya. Zieh. McDonalds. Wow, McDonalds. Okay, Kinder, dann let's go. Hi, wir hätten gerne ein Happy Meal mit Nuggets. Getränk. Get ein Schokomilchshake. Ja, kann man. Und Quetschi oder Apfeltüte? Möchtest du ein Quetschi oder die Apfeltüte? So, hier sind unsere Meckes-Sachen. Und jetzt geht's nach Hause und dann wird das gegessen. Home Sweet Home, wir sind vollgepackt und Caden ist Iron Man. Ja, kann ich. Kinaya hat die Happy Meal und unser Essen ist hier drin. Sie eröffnet. So, hier wird jetzt gegessen. Caden hat einen Cheeseburger, ne? Einen Chickenburger. Achso, Chickenburger. Mit was noch? Ketchup. Mh, und Mayo und Pommes. Und Salat. Oh, da ist noch Salat drauf, lecker. Kinaya hat hier Pommes und Nuggets. Mayonnaise, ey, das ist Ketchup. Mayonnaise. Und ich? Und Mutti. Chickenburger und Cheeseburger. Ich hab hier meinen Chickenburger. Lecker. Delisierend. Ich zeige euch mal kurz, dass wir jetzt alles bei Action gekauft haben. Ich hab hier zwei so eine Körber geholt. Die kamen auf die Garderobe. Und dann kommen da so Mützen und so rein, weißt du? Und dann einmal für Kinaya ein Malbuch mit Sticker. Mama, Mama, hab ich noch eine? Mit Prinzessinnen. Wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen mehr in der Tüte. Dann einmal für Caden ein Cars Malbuch. Dann hab ich neue Stifte geholt, die man dann auch wieder schön in die Verpackung hoffentlich reinmacht. Dann einmal Staubsaugerbeutel. Ich sag euch Leute, die von Action sind einfach die Besten. Beefy. Backpapierroll. Einmal hier diese sauren Dinger. Einmal was für die Toilette. Einmal was zum Duschen. Und ein Airfreshener. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ihr ein bisschen was für Donuts, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns. Lass ein Abo da. Lass ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.